Axie Infinity ist das am schnellst wachsende Blockchain-Game auf der Welt. Und die Spieler machen damit richtig Kohle und verdienen sich damit ihren Unterhalt. In manchen Ländern wirklich sogar ihr ganzes Gehalt, was sie zur Verfügung haben. Axie Infinity findet statt in der Welt von Lunacia, wo ihr zusammen mit euren Axies die Welt erforscht und sie vor den Chimären retten sollt. Axies sind kleine, süße Monster, die inspiriert sind von Pokémon und Tamagotchi. Sie lieben es, mit euch zusammen zu kämpfen, etwas zu bauen und Schätze zu entdecken. Es gibt Game-Modes PvE, wo ihr gegen computergesteuerte Gegner spielt und es gibt PvP, wo ihr gegen andere Spieler live spielen könnt. Axie Infinity läuft auf einer Blockchain, auf einer dezentralisierten eigenen Blockchain dafür. Das ist die Ronin-Blockchain. Dadurch, dass dieses Spiel auf einer Blockchain ist, erlaubt es, alles zu tokenisieren. Das bedeutet, aus allem ein NFT zu machen. Jedes Axie ist ein eigenes NFT, es gibt es nur einmal so auf der Welt und auch die Währungen, die ihr euch ja spielt, AXS und SLP, sind auch Tokens, die ihr dann weiterverwenden könnt. Eure Axies können viele hundert bis in die tausende von Dollar wert sein. Um ein neues Axie zu kreieren, müssen die Spieler ihre Axies brüten. Um zu brüten, müssen die Spieler ihre verdienten SLP verwenden. Diese SLP sind nicht von den Entwicklern zu verkaufen, sondern können im Spiel verdient werden, beim Kämpfen. Das Geniale an dem Spiel ist jetzt, wenn ihr nicht brüten wollt, könnt ihr eure SLP auf dem offenen Markt an andere Spieler verkaufen. Das könnt ihr zum Beispiel bei Crypto.com machen, bei Coinbase, bei Binance oder auf jeglichem anderen Kryptomarkt. Am Tag kann man ungefähr zwischen 150 und 200 SLP machen, manchmal auch sogar ein bisschen mehr. Und wenn man jetzt mal hochrechnet im Monat, werden das dann umgerechnet bei einem SLP-Preis von 25 Cent, werden das ungefähr 1500 Dollar. Nur fürs Spielen. Und genau das nennt man Play to Earn. Spielen zum Verdienen. Axie Infinity. Endlich ein Spiel, wo wir als Spieler auch einen Teil des Spieles selber besitzen. Wir verdienen beim Spielen selbst Geld. Und Leute, ich sag euch, da ist noch so viel mehr zu entdecken bei Axie Infinity. Guckt euch ein paar meiner Videos an, ich hab schon vieles erklärt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich versuche jede Frage zu beantworten. Sendet zum Erklären das Video euren Eltern, euren Freunden, eurer Familie. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst, den Abo-Kanal einfach abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin, save the planet! Und bis dahin, save the planet! Und bis dahin, save the planet! Vielen Dank.